3, 2, endlos! Das gigantisch große gelbe Feld erschmeckt sich hier in den Fluten der Panke. Einige Enten haben noch mehr gehört. Ihr seht, das Rennen wird jetzt schon in die Sichtweite kommen. Feuert eure Enten an, sonst wird das hier nix mit dem Rennen. Diesmal haben wir auch ein paar Seitenschwimmer dabei. Ich glaube, das ist mit der Geschwindigkeit kein Abruf. Das Feld teilt sich schon. Vielleicht kann man ja schon die Nummer sehen von den ersten Enten, die da vorne dran sind. Auf jeden Fall drücke ich ein die Daumen, dass jeder hier entsprechend gewinnen wird. So, ich hoffe, dass alle Enten unbeschadet ankommen und nicht Opfer von wilden Hunden werden. Okay, wir begleiten euch jetzt ein Stück des Weges. Lauft hinterher, schaut die Enten an, wir treffen uns hinten am Ziel wieder. So, ich bin ein Stück für den Fortschritt zweit, das ist mir steht, dass sie mit dem Fleming wieder verratilen. Es gibt noch eine Ereignisse. So, ich bin ein Stück, der mitten, ist es wohl schon einmal. Und hier in der Zwischenzeit in der Zwischenzeit bei der Zwischenzeit bei der Zwischenzeit airt eine ganze Zeit, und hier in der Zwischenzeit. Ich bin ein Stück, der Schweden. Das ist, dass die Schaden herrchen drüben ist, aber er ist wirklich glaube, dass die Schaden sind. Vielen Dank.